So, das ist die gute Aussicht. Brake. Ja, grüß dich von der Station Doc Schneider, am Maik ist der Kevin, auf dem höchsten in Oberschwaben Bussen. Ja, du kommst hier rüber, ist auch ziemlich spannend. Es heißt 1 und S-Buch, da stet ich K1 und 2. Aber wenn man will, kann man es nicht verstehen, aber es ist auch geil. Jawohl, jetzt gibst du mir dein gute Haar. Ja, mein guter Haar, die ist denn am Ammersee? Die ist denn am Ammersee, man gibt es den Sternenbäcker noch ein. Komm, mein Vorname ist Helmut. Jo, grüß dich Helmut, ja. Wie gesagt, der Mark Doc Schneider, der Kevin. Station. Jo, im Schwabenländle und zwar momentan sind wir da auf dem Bussen oben, auf dem höchsten. Bussen. Ja, Bussen, also mit zwei S. Ja, der Bussen, der ist doch blauer Maizli da hinten drüber, oder? Kann das sein? Nein, der ist ähm, zwischen Riedlinger und Bibelbach. Papa. Ich habe die Karte, aber ich nehme an, dass wir die Station mit der Intergade in Verbindungsstatt von Regen, wo ich nicht ausnehmen kann, oder? Kacki! Aber gut liegt, dass du dahinter hockst, wo du nicht nahe kommst. Das war's für heute.